Wir sehen hier den Markgraf Friedrich, den Gründer unserer FAU. Friedrich wird jetzt diese Keramik auf seinen Armen halten. Hm, das ging leider schief. Wie schaffen wir es jetzt, dass Friedrich ohne ein intensives Sporttraining die Keramik auf seinen Armen halten kann? Das klären wir jetzt bei zwei Minuten Wissen. Diese dichte Keramik wird durch das Pressen von Keramikpulver hergestellt. Um Gewicht einzusparen, müssen wir weniger Pulver einsetzen. Dafür brauchen wir einen sehr offenen Polyurethanschaum, der auch in Aquarienfiltern eingesetzt wird. Wir zeigen jetzt, wie aus diesem Polyurethanschaum eine stabile und leichte Keramik hergestellt wird. Hierzu braucht man einen keramischen Schlicker. Ein keramischer Schlicker, das ist vereinfacht ausgedrückt eine Mischung aus Keramikpulver, organischen Bindern und den Lösemitteln. Der Polyurethanschaum wird dann in den Schlicker eingetaucht und beschichtet. Diesen beschichteten Schaum nennt man einen keramischen Grünkörper. Der keramische Grünkörper wird nun im Ofen bei Temperaturen von über 1300 Grad Celsius gebrannt. Dabei wachsen die Partikel des keramischen Pulvers zusammen und bilden eine feste Keramik. Der keramische Schaum ist nun deutlich leichter als die dichte Keramik. Und jetzt schauen wir mal, ob unser Friedrich auch ohne Sporttraining die Schaumkeramik halten kann. Sehr gut. Der keramische Schaum ist deutlich leichter als die dichte Keramik und Friedrich kann ihn ohne Anstrengung halten. Leichtbauwerkstoffe sparen nicht nur Gewicht ein, sondern damit auch wertvolle Ressourcen. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann schaut bei unserer Homepage vorbei.